Wir brauchen sinnvolle Regeln für das gemeinsame Zusammenleben und das heißt, das Naturrecht und Völkerrecht ist ja eh schon viel vorgegeben. Es gibt das Völkervertragsrecht, das Völkergewohnheitsrecht. Wir haben auch ein Völkerstrafgesetzbuch. Das heißt, diese Gesetze gibt es ja schon alle und wir werden natürlich das Ganze auch überarbeiten und wir werden nur das verwenden, was eben nicht dem Naturrecht widerspricht. Aber sinnvolle Regeln für das Zusammenleben muss es halt geben in einer Gemeinschaft, weil es kann nicht jeder tun, was er will. Und ich sage immer, das ist eigentlich der normale Hausverstand, den eigentlich jedes Kind im Elternhaus schon mitbekommen sollte. Also sinnvolle Regeln, aber wir brauchen keine Paragraphen, wir brauchen keine Gesetzestexte und wir brauchen keine Neigenmachtstrukturen oder Kontrollstrukturen, um uns alle wieder selber zu versklaven. Das braucht niemand mehr. Das heißt, wir wollen alle freie Menschen sein. Ich darf kein fremdes Eigentum zerstören, ich soll in meinen Verträgen ehrlich sein und ich darf natürlich auch keinen anderen Menschen verletzen oder irgendwie Gewalt antun. Weil das ist natürlich bei uns genauso strafbar. Und wenn man sagt, jeder kann tun, was er will, das stimmt nicht, weil es sogar bei den Indianern hat es schon Regeln gegeben. Und der Häuptling hat gesagt, jetzt ist Schluss, das ist auch so gewesen. Aber das ist die natürliche Ordnung. Bis zum nächsten Mal.